Wir nehmen ihn mal weiter auf, ähm, Part 2 in SMW-Nyaaau. Ähm, ja, das letzte Mal haben wir Welt 1 abgeschlossen und, und, und sind in Welt 2 gelandet. Und sterben, sehr gut. Ja, und hast die Star Road gefunden. Richtig, die war schwer versteckt. Und du machst nur das Star Road. Genau. Ja, war sie. Die in Welt 6 ist schwerer versteckt. Ja. Ja, da. Noch kann ich mich über die leichten versteckten lustig machen, dann machen sie sich rüber lustig, wenn ich's nicht finde. Seh ich schon gerade. Ja, wahrscheinlich findest du sie da so first try oder so. Guck mal, gefunden. Ja, das wär schön. Würde ich mich freuen. Ja, die Star Road sind übrigens, die Star Road Eingänge sind übrigens in Welt 2, 4 und 6, also immer in den Geraden. Ah ja. In der Star Road ist auch eine. Nein. Ja, ich meine, danach geht's ja wieder in Welt 2, da musst du dich ja nicht drücken. Welt 6 ist aber schwerer als die Star Road. Und wenn ich nicht will, dass das hier ein ewig langes Projekt wird, dann sollte ich mich einigermaßen anstrengen. Ja. Und das wollten wir ja nicht. Ich find das aber ganz witzig, Conan testet wenigstens die Midway-Inch. Ja genau, die hat doch keiner getestet. NU! NU! Warum ist er nicht gesprungen? Ich hasse diese dumme Plattformen, ey. Siehste, da ist Conan doch einer der besten Beta-Tester für uns. Weil ich so oft sterbe, oder? Weil du einfach die E-Von... Weil du beim Midway-Point auch testet, ob man da wieder ins Level kommt. Das haben wir nämlich nie getestet. Nein, das teste ich nicht, das war Zufall. Das kann sein, dass wir irgendwelche Midway-Points umbacken. Das war keine Absicht. Das sind irgendwelche Midway-Points. Ja. Naja, die späteren Level haben irgendwie ein Midway-Points. Was schön. Na doch, die meisten haben. Ja, und da kommt das Rennen. Die Special-Wörter, keine mehr. Wenn die zu lang sind, muss ich Save-States, das wisst ihr aber. Die sind nicht länger als das hier. Also die sind, die Level mit Midway-Points sind so lang wie die. Und die, die ohne, die sind sogar kürzer, Conan. Ja, das hoffe ich doch. Das hier ohne Midway-Point wäre schon ganz schön gemein. Ja, du musst nie Level machen, die so lang sind. Okay. Gibt's in dem Heck nicht. Das haben wir jetzt. Auch nicht am Ende. Hier geht's weiter. Grasfelder 3. Genau. Level mit Zigaretz. Das ist doch bestimmt von Mao das Level. Von wem? Mao. M. Nö. Von mir. Ich dachte, weil's so nach Original aussieht und da wieder wenig gemacht. Oh, 88 Sterne. Hey, das sieht überhaupt nicht nach Original aus. Das Level ist komplett anders. Ja, das Welt1-Level ist auch komplett anders. Das hat nur dieselben Gegner und alles wie das erste Level und dieselbe Palette. Das selbe Setting. Ja. Ja. Und ein paar davon inspirierte Stellen. Aber an sich habe ich keine Stelle 100% übernommen. Ich habe mir nur das Level angeguckt. Die müsste man echt mal untereinander setzen eigentlich. Das würde mich echt mal interessieren. Ja, ist ganz anders. Das ist schon sehr, sehr vergleichbar teilweise. Und das hier auch? Das ist jetzt nicht so. Aber du hast den T-Good-Exit verschissen. Ich brauche einen P-Switch, sehe ich gerade. Ja, aber jetzt kommst du dann eh nicht mehr ran. So. Münze. So. Äh, okay. Wieso sammelst du die Münzen? Da oben wäre der P-Switch wahrscheinlich drin gewesen. Ja. Wieso habe ich es denn dann verschissen? Ja. Ich hätte es doch noch schaffen können. Nö. Nö, du hattest die Plattform weggemacht. Du wärst halt gar nicht mehr bis hochgekommen. Hier, guck, die Blöcke darfst du nicht alle anstoßen. Ach so, ein Quatsch. Hier waren doch überall Münzen, ich wäre doch da doch hochgekommen. Nee, nee, wärst du nicht. Oh, doch, das werden wir nachher testen. Aber ist auch egal. Jetzt gehe ich erst mal per P-Champ da rein. Das schaffst du nicht. Ja, mit Slow-Mo schon, aber das machen wir jetzt nicht. Conan, ich habe dir gesagt, no glitches oder was, now, keine Ahnung. Nein, ihr habt gesagt, glitches sind erlaubt, da habe ich extra gefragt. Hä? Haben wir nicht? Nee, wir haben gesagt, nur ein Block-Klon ist erlaubt. Wenn du es aus Versehen machst, aber nicht mit Absicht. Ich kann dich zitieren, du hast gestimmt, glitches darf ich nicht mehr. Aber ist ja wurscht. Was zust du, Conan? Double-Craft. Du brauchst den Switch nicht mehr. Ich will aber den Double-Craft machen. Der ist schön. Oh, man kann das auch nicht. Ja. Wir haben vorhin erst einen Hack gespielt. In Inferimario habe ich den die ganze Zeit gemacht, aber jetzt gerade haut er nicht hin. Ich weiß nicht warum. Colin Zweifel drauf. Du brauchst den B-Switch eh nicht mehr. Lassen wir ihn, die Zeit wird knapp. Ja, du brauchst, du brauchst nicht mal das Springboard, weil man braucht das Remax. Außer ein Ghost-House ist die Items. Lol, da ist er noch gestorben. Alter, das. Ich kann dir jetzt ja den Secret Exit holen. Ja, jetzt kannst du den gleich mal machen. Nein, nein. Wohl. Als ob das nicht funktionieren würde. Ich bitte dich. Ja, aber du machst es dir unnötig schwer. Meine Shell ist weg. Krieg ich noch eine? Ja, fixst du. Shell. Muschel. Muschel? Shell heißt Muschel. Ja, stimmt. Hopps, hopps. Scheiße. Ich muss ein bisschen schneller sein. Ah, ich käme da hoch. Ich käme da hoch. Oh, das wird knapp. No, okay. Mit Anlauf würde es funktionieren. Ja, mach es beim nächsten Mal. Ich fahre mit den Blöcken. Gut ist. Das ist doch zu langweilig. Ich bitte dich. Ja, die Idee ist aber cool. Das mag sein. So. So. Wir wollen ja aber auch Uh, Hilfe. Noch was, äh. Noch was bieten dir. Ja, du willst ja auch irgendwann mal noch weiterkommen. Also dann kannst du ruhig. Bist du sicher, dass ich das will? Ja. Ja, du willst den Secret Exit haben und dann kommt irgendwie das tolle, ne? Ja, genau. Nein, Pilz! Ja. Das ist definitiv das beste Level im Heck, was bei diesem Secret Exit, was man da erreicht. Irgendwie das Gefühl, ich spiel den Heck noch nicht ernst. Scheiße. Tote. Wie viel Leben hast du? Ja, also... 15. Mehr als genug. Ah, meine Maus ist fast runtergefallen. Ah. Deine Maus. Also Conan, wenn das hier ernst ist, wirst du den Heck aber nicht weit schaffen. Ich hab doch grad gesagt, ich hab das Gefühl, ich spiel den Heck noch nicht so ernst. ziemlich leicht. Also das ist noch nicht, ähm, SMW letzte Welt Niveau, das ist noch drunter. Ne, das ist schon klar. Ich bin ja auch grad einfach nur dumm. Also das hier solltest... Nein, uh, das darf ich nicht machen. ...solltest du noch locker schaffen. Das war fast... Bisschen schwerer als SMW wird der Heck am Ende schon. Ja, ist ja gut. Ich mach doch nur Blödsinn. Ja, nein, 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 nein. Natürlich. Geht's los? Du schaffst es wieder nicht. Natürlich. Ich weiß jetzt ja wie. Ich hab jetzt... Nein, schnell. Oh Conan, bitte. Wir sind die Heck erstellen. Du musst machen, was wir machen. Gar nicht. Ne, jetzt mal ehrlich. Das, ähm... Bitte. Du wirst das Level nochmal durchspielen müssen. Ja, der Midway. Ja, stimmt. Ich darf nur, ich darf nur, äh... Ich weiß, was ich mache. Ich bin klug. So, hier kommt doch jetzt kein Gegner. Ich hoffe nicht. Unnötig. Das sei jetzt mal Schwendung hier. Hopp, hopp, hopp. Hui, nein! Nein, 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 nein. Scheiße. Wer hätte es gedacht, dass das passieren wird. Also, ich nicht. Scheiße, ich hab den letzten Sprung verhauen. Das gibt's doch nicht. Töte dich bitte, sonst musst du das nochmal machen. Ich will das erste Leben haben. Komplett. So. Oh, du verkackst das noch. Wie kriegst du keins? Hat der nicht gerade eins durch Yoshi-Coins gekriegt? Ja. Ja. Und jetzt bring ich mich um. Töte dich jetzt, Con. Ich bring mich um. So. So, jetzt bitte mach's richtig. Ach ja. Schön. Ah, so. Uh. Wow. Ah, geil wär jetzt, wenn das hier noch enabled wär. Und man einfach rauslaufen kann. Jetzt ist ihre Auf... Jetzt ist der Anruf wieder weg. Nu. Hörst du mich noch? Jetzt höre ich dich wieder. Naja, komm. Hat sich Nico wieder verabschiedet. Ja, na, wo ist denn der Ding? Top Secret-Tümpel. Ja, oh, jetzt verpasst du den Top Secret-Tümpel. Das Beste, ne? Das hängt's. Ich seh schon, ja. Das ist der Top Secret-Tümpel. Das ist super, ja. Ich erkenne's überhaupt nicht wieder. Ja, was ist die Aufregung. Typ noch ein Exit, wenn man durch die Röhre zurückgeht. Nein, gibt's nicht, okay. So, das war der Top Secret-Tümpel. Da werden wir noch oft zurückgehen. Oh, Nao, hat das den Top Secret-Tümpel verpasst. Du musst ihn nochmal machen, wenn Nao wieder da ist. Den werde ich noch oft machen, einfach um Fehlern zu holen. Und Yoshi's. Oh, nein, 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 Yoshi. Du hättest ja nochmal in den Top Secret-Tümpel gehen. Das hätte ich, ja, das... Findest du den Top Secret-Tümpel witzig. Naja, ist halt ein Special Level, ne? Ja, aber der Name, das ist der Top Secret-Tümpel. Ja. Nein, Yoshi, jetzt ist er weg. So, jetzt Nao erstmal wieder zu kriegen, hier. Das ist deine Aufgabe, ich muss spielen. Nao, Nao. Da ist er. Ja. Du hast den Top Secret-Tümpel verpasst. Oh, schade. Aber Colin hat gesagt, er wird ihn noch öfters machen. Okay. Mit Sicherheit. Und was war seine Reaktion zum Top Secret-Tümpel? Da geht's bestimmt wieder in die Röhre rein und da ist ein Secret. Da war aber keins. Ansonsten keine große Reaktion, war halt Special. Well-Level wie im Original. Der Top Secret-Tümpel. Tja. Wessen Idee war der Name nochmal? Meine. Echt? Hatte ich nicht Tümpel gesagt? Oder hab ich Feier gesagt? Die Leute verstehen nicht mal, was der Sinn davon ist. Nee, das stimmt. Aber ich find, das hört sich einfach zu bescheuert an, Top Secret-Tümpel. Das musst du dann einfach einbauen. Das hört sich nur bescheuert an, wenn ihr's noch 3000 Mal sagt. Dann glaub ich's auch. Top Secret-Tümpel. Ja, jetzt hört sich's wirklich bescheuert an. So. Ja! Nein, ich hab mir ja schon keinen verpasst. Neues Fläschle-Wasser. Neues Fläschle-Wasser. Dasselbe war von mir. Oh, nee. Scrolling, ich mach den Hack aus. Wow, da wirst du den Hack auch noch aufdraus machen. Bin auf K. Wie kann man nur Scrolling einbauen? Scrolling ist doch schön. Das ist jetzt aber Vorspiel-Scrolling hier. Ja, das kommt doch vor. Aber was? Nein, da war ein Notenblock, ihr Dreckssäcke. Das gibt's ja wohl nicht. Das ist ein Bounce-Back-Dings-Block. Das ist kein Notenblock. Das ist mir wurscht. Das ist dasselbe. Tja, Conne, du solltest halt nicht fast forwarden. Das lag ja nicht am fast forwarden. Ich bin ja runtergelaufen. Doch, daran lern. Oh, nee, jetzt fangen wir noch unter Wasser. Autoscrolling. Mit Torpedo-Shets und Bloop. Nein, 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 nicht schon wieder hier. Das sitzt doch nicht. Nicht autoscrolling. Nicht autoscrolling. Nicht fast forwarden, Conne. Nicht autoscrolling, das nehm ich, das geb ich zurück, ja. Nicht autoscrolling. Das lag nicht am fast forwarden. Vollstreng gehört dazu. Ach, hier ist der auch, alter. Gemein. Wieso seht ihr eigentlich, wenn ich fast forwarde? Erkennt man das so gut auf der Aufnahme, ja? Äh, auf der Aufnahme auch. Ja, natürlich. Na dann. Ja, Conne, du brauchst hier keinen fast forwarden. Das Level ist schwer genug ohne. Ja, ich merk's. Das einzige, was das Level schwer macht, ist meine Ungeduld. Hier war ja mal, ähm, schnelleres Autoscrolling drinne, aber das war zu schwer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, okay. Deswegen haben wir dann das langsame gemacht. Das passt ja. Conne, komm bitte auf. Ja, ehrlich, das nervt. Was denn? Zu fast forwarden. Passt doch, kommt doch voran. Das zerstört nämlich den Flow des Levels. Nein, das tut dem Level gut. Doch. Gut, es. Petrus-Blöcke. Moment, kann ich ja nicht fast forwarden. Nicht sehr gut zumindest. Ja, siehst du mal, wie gut die Autoscroll-Levels hier aufgebaut sind. Ja, wenn sie, wenn das ist, das habe ich ja schon öfters gesagt, wenn man im Autoscroll nicht fast forwarden kann, dann sind sie eigentlich recht gut. Hier konnte ich teilweise fast forwarden. Teilweise auch nicht. Vor allem am Anfang konnte ich das. Wenn man in dem Autoscrolling-Level nicht fast forwarden kann, dann wäre es zu schwer für Welt 2 für unseren Hack. Das mag durchaus sein. Weil man muss immer, man muss immer Gelegenheit haben, kurz zu warten, Flöcke zu sammeln und sowas. Gefeder. Du bist neuer. Das ist schon ein ungeduldiges Fehl. Absolut, natürlich. Ich will doch schnell in Welt 6. Nein. Na, jetzt habe ich auch noch getötet. Das ist ja ex-weil. Jetzt hast du ja getötet. Weil ich gesagt habe, dass die schwer ist. Die will ich sehen. Ach, mach doch da, mach dich doch da unten rein. Ach, mach dich doch nochmal da unten rein. Ah, okay. Ja, jetzt werden es langsam ein bisschen viele... Alter. Jetzt fängt es langsam an zu lecken, oder? Hilfe. Ja, jetzt geleckt es. Ja, das ist gewaltig. Ja, das tut uns leid. Erinnert mich so ein bisschen an... Wir haben mal ein Smash 9X getest. ...an don't eat this. So, tötet alle. Flup. Ei, 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 ei. KATHEDRAALE Das macht keinen Sinn entgegen Ja, aber ich hab über Drama an Kathedrale gedacht Nach Autoscrolling Oh, guck mal dran, mehr Autoscrolling Natürlich Der Abschnitt ist aber kurz, da musst du nicht von gucken Ja, kann ich nicht scrollen, äh, kann ich nicht fast forwarden großartig Sprich ich euch schon nach, hey Gibt's ja gar nicht Solange der Boden nicht verschwindet, ist alles gut Kann ich hier vorne schön rumlaufen Das war knapp Und es ist ein brauchbarer Boss, den ich wegkriege Ja, als kleinen Mario kriege ich den weg Gott sei Dank Ja, der ist nur wirklich einer der leichtesten Ja, nur Restno ist schwerer Ja, Restno ist schwerer, das stimmt Restno ist eigentlich der schwerste von den Bossen Ja Ja, wobei die Röhrenbosse sind die schwersten Nein Ja Ja So, huch, da bin ich bisschen schnell gelaufen Das ist ein riesiges Level Wenn man es jetzt mit Safe State spielen würde, halt viel zu einfach, das ist völlig klar, aber Ja Dafür ist es ja nicht gedacht Ja Ja Und so einfach wäre es auch nicht, es gibt Packs, die leichter sind Ja Ja, mit Sicherheit Sicherheit Also zum Beispiel Mario's Treasure Hunt 2 und Mario's Treasure Hunt Die sind schwererachter Nein Also zum Beispiel Ja, wir haben den Tag als Treasure Hunt gespielt Ja, wir haben den Tag als Treasure Hunt gespielt Ja, wir haben den Tag als Treasure Hunt gespielt Boah, ich bin gespannt, wie lange Konten hier an Welt 6 sitzt Hä? Ja Ich wollte den nicht duplizieren, ich wollte den auslösen Da wäre ein Pilz drin gewesen Really? Doch, ich glaube da wäre ein Pilz drin Ach man, jetzt Ich will es den anderen doch noch auslösen Jetzt habe ich den hochdupliziert, das gibt es ja wohl nicht, wollte ich gar nicht So, funktioniert doch Doch, nur eine Münze Wirklich, für die Mühe Ich wollte mich doch verarschen Habe ich extra hier den Glitch angewendet und dann kriege ich nur eine Münze dafür So Frech Das ist doch super, hundertmal lasse leben Super, ja Das sehe ich ja mal gar nicht ein Ok, da unten gehe ich nicht rein So, ok War ja kein Secret Exit, von daher Ne Passt alle, öh, ach nach links Uh, das ist ungewöhnlich Ist aber lustig, weil auf der Overworld ging es auch nach links Man könnte jetzt sagen, das ist Gut, damit hatte das nichts zu tun Ja, aber man könnte jetzt sagen, das ist der Weg, den man geht auf der Overworld Ja Gipsen Vor allem, weil der Weg nach dem Level wieder nach rechts geht Ja, also den Level geht es dann wieder nach rechts, das ist das einzige Level im Heck, wo man nach links geht Irgendwie ist das gerade, ah, das ist gerade fucking ungewohnt, warum weiß ich nicht Ist doch eigentlich, eigentlich bin ich es gewohnt auch mal nach links zu spielen, aber irgendwie ist das hier merkwürdig Weil man diese Art von Level sonst immer nach rechts geht, solche, solche Akrobaten Ne, wie heißt die Dinger? Ja Athletic Athletic, danke, das war das Wort, dass ich gesagt Akrobatik Ja, du wusstest, was ich meinte, wenigstens, wenigstens habe ich damit Nein, was zur Hölle, da war ein Block, das war gemein Oh, ich habe mich gerettet Nee, dann muss man Brücke bauen Ach, nicht wirklich auf da hoch zu kommen, oder was? Ja Warschen kann ich nicht alleine, so, das gibt es ja wohl nicht Ja, ohne Fehler Ich baue da doch keine Brücke, wenn ein Block, der drei hoch ist Ach, das musst du in dem Heck noch ein paar Mal Wenn ein Block, der drei hoch ist, baue ich eine Brücke, natürlich Ach, Konne mit Boost Streams in Welt 6 ist das witziger Unfassbar Spoiler nicht so viel Unfassbar So Das war jetzt kein Spoiler Was für, was hat er gesagt? Nix Nichts Nix, okay So, die ersten drei Level der Waldwild sind alle von Mao und die Restlich sind dann fast alle von mir Nee, da kommt noch mein Kaff Ja, stimmt Und Mehr nicht So Das hier ist jetzt ja der Samstagspart, den können wir theoretisch ein bisschen länger machen, wenn ihr wollt Ja Ja Ja, wir nehmen halt noch bis halb eins auf und Ja, naja, ich muss aber den Part jetzt zwischendrin trotzdem beenden Bis halb eins geht, wobei bis halb eins könnte ich das tatsächlich laufen lassen Das wäre dann eine Stunde der Part Ja, machen wir irgendwie bis bis 20 oder so, okay Also der Freitagspart ist jetzt eine halbe Stunde Also beziehungsweise 40 Minuten glaube ich Ja, wir können ja dann morgen nochmal aufnehmen, oder? Ja Ja Achso, deine Felsenblatt ist ja voll Ja, ist schon okay, wir müssen ja nicht morgen nochmal aufnehmen Ja Eigentlich wollte ich ja heute Tara nicht mal aufnehmen, aber gut das Aber ich finde es gerade gut, obwohl ich nebenher Video hochladen kann ich eigentlich alles super aufnehmen Das ist gut, dass ich das weiß Ja, und es funktioniert ja auch alles recht gut Mein Skype-Bar ist irgendwie zweimal weg oder so Ja, dafür kann ich ja nichts Was? Ich weiß nicht, wie oft du, aber ich glaube es war dreimal weg Nee, es war bei ihr zweimal bisher weg Echt? Zweimal Ja Echt, war uns nicht dreimal? Also vorher warst du öfter weg als jetzt, wo wir aufnehmen Aber wir wollen es mal nicht verschreien Ja, ist doch gut so Nun wird er den Yoshiko im Bonusraum nicht gefunden Ja, scheiß drauf Aber da gab's 3-Up-Moon Uh, ein Mond Ein Mond? Achso, ja 3-Up-Moon, oh ein Mond Ein Mond? Ja Moon heißt Mond Nee, ich dachte, wo du u gesagt hast, dachte, jetzt kommt deine Reaktion auf die Notenblöcke Aber dann hast du gesagt, ein Mond und dann war ich verwirrt Achso Ja, auf die Notenblöcke reagiere ich jetzt nicht besonders und halt Notenblöcke Ja, das Level... Ja, das Level ist von mir Okay Merkt man das? Nö Okay Was? Das gibt's doch nicht, bin ich blöd Level war uns aber cool Bin ich blöd? Unfassbar Unfassbar wie blöd ich bin, das war auch blöd, aber egal Die coolen Level sind eh alle von Nao Nein Tch Das sind sie nicht, die sind alle von dir Was ist mit dem Noteblock Level? So Deine Level sind cooler Hat Conan eigentlich sogar Marina World gespielt? Nee, ne Nee Was? Ah, nichts Ich kenn's nicht, also wahrscheinlich nicht Ja, nee, du hast es nicht gespielt, das wüsste ich Marina World Nee, nee Könnte man dir irgendwann mal noch als Letzt Play requesten Aber im Moment hast du eh zu viele Hex am Laufen, also Am Laufen habe ich leider nicht zu viele Zu viel in der Warteschleife Achso, ja Wobei, mittlerweile laufen die tatsächlich alle schon, das stimmt Bis auf, bis auf, bis auf Foltercamp Von wem war ein Foltercamp? Ach Gott, ich wette, der Name kann ich mir nie merken X F Nee, H01 Irgendwann Ach, keine Ahnung, ich kann mir den Namen nie merken Also eigentlich heißt es ja Mario im Feriencamp Aber da das solche Kaiserlevel sind ganz blöde, da habe ich es immer Foltercamp gezeichnet Deswegen nenne ich es jetzt auch weiterhin Foltercamp Mario im Ferienfoltercamp war das, was es genannt Richtig, genau so hat er es genannt, ja Ich hatte da manchmal nen Part geguckt, wenn ich Essen hatte Und mich so witzig machen wollte, wie du Commentary machst Sehr gut Ähm, ich meine dein Letzt Play die wenigsten wollte, komm Natürlich Deine Professionalität Theoretisch könnte ich da natürlich das Springboard mitnehmen, aber das brauche ich jetzt, will ich jetzt nicht Ich kriege ja sogar einen Soganyoshi, dann will ich das erst recht nicht So, zwei Federn Ah, schade Nicht glitschen Könnte klappen können Zwei Pilze Ah, auch nicht Kein Uh Da hat es ein bisschen Huch Tschüss Uh Zum Glück habe ich ne Feder Sonst würde das hier ewig dauern So Außer ne Bonusräumchen sind doch cool Ja, absolut, absolut Ist doch so Ich wollte gar nicht fliegen das war schon sehr schön wo ist mein ding jetzt kupferwald 6 der geht schnell das ist gut ich bin ja ja die haben angeht die haben die haben ja in der aufnahmepause kurz gesagt da kommen ganz viele ja wir ja uns ist am ende dann so aufgefallen ist ja die eigentlich ein bisschen overused haben der könnte auch in invasion of the windows plans heißen ja mensch die mag ich auch zum glück so gar nicht eine bestimmte was die main map gar nicht angeguckt da kommen wir doch noch dazu war es doch schon der main ja natürlich ja du hast gar nicht gescrollt um zu gucken ja ich kenne die main map ja nein kennst du nicht ich habe die neue gemacht ach so dann kenne ich sie nicht die alte war zu schlecht natürlich war sie das leute von wem ist das level konniko nao mein ich natürlich wie ist es von mao habe ich doch gesagt dass nao gesagt gar nicht wahr ich stelle mir gerade so ein kleines karzenviech vor so eine decke hat und da war nur dazu sein und wenn die dann weg fällt dann ist es ich guck dir die main map an wenn du schon einmal im kopf jetzt mal wir sind secret exit ja viel spaß wo ich noch gar nicht weiß wo der ist ja das ist einer der der ist schon ein bisschen schwerer versteckt ist ist aber dafür auch eine schöne abkürzung nee da drüben ist nichts mal da guck mal da geht es aber so weit nach links das könnte ja was bedeuten nee das hätte das würde hier unten anders aussehen ja geht ja nicht unbedingt nur unten rum da geht auch oben rum das stimmt dafür müsste ich irgendwo hoch kommen fakt ist oder hier irgendwelche blöcke kaputt machen das wäre komisch aber vielleicht kommst ja irgendwo hoch oder ja ich da ich weiß schon da hinten kann man irgendwann hoch hier nämlich das war ein recht leicht aber noch nicht so also nicht so leichter in Ordnung versteckt doch denke ich sollte gehen ich verstehe nicht was ich damit jetzt machen soll Kijam 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 Kupferrätsel oh Gott ja das ist nicht so schwer ich will wieder raus nein Colin das ist das erste Geisterhaus glaubst du wirklich das ist schwierig das ist kein Geisterhaus ist ein Rätselhaus er ist hier ganz genau neben mir ich will da 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 ich müsste bestimmt mit so einem mit so einem mit so einem ganz genauen exakten Spinjump so kaputt machen genau richtig richtig ja genau genau das jetzt bin ich klein schade genau das musst du tun so was guck meine Resetor Mensch hier ist bestimmt eine Schelle drin ja Mensch die wird mich gleich töten wenn ich mich ein bisschen beeile oh ich wollte noch nicht oh ich wollte mehreres nicht ich wollte sie nicht man kann sich und ich wollte den piecewitch noch nicht drücken aber okay ja man kann sich ja da oben beim piecewitch sogar einbauen wenn man dann den piecewitch drückt ist man gefangen aber ganz ehrlich wenn man so blöd ist dann muss man halt das Timelimit auslaufen lassen ja ist ja so lange im Timelimit ich hab nie drin gedrückt und aus dem kann sich doch mit dem piecewitch ach so wenn du den hier drinnen drückst ach so ja dann könnte man sich einschließen scheiß Geister ey Conan ist zu doof für Welt 3 ja das Level ist das Level ist doch ein bisschen schwerer als die anderen Level in der Welt aber es ist ja auch ein Secret Level das darf schwerer sein ja das was das ist ein Frontier eingeführt oder ich? bestimmt ist da unten die Tür fake da ist bestimmt woanders ne... ja ich wusste es doch mhm Conan ist schlau Conan ist schlau ist Katzenviech ja Nuuu ach ok da darf ich runter ja natürlich so fies sind wir dann doch noch nicht ach jetzt Mensch Geweckt du Vieh ja hier wär man dann raus gekommen also hier wenn man nicht äh diese andere piecewitch stür genommen hätte und mit dem Springboard kommst du dann halt hoch ach schon ja ja das ist einfach nur Troll das heißt eigentlich war es dumm die andere Tür zu nehmen die ich genommen habe ne es war richtig so mit der anderen Tür hättest du es bringt nicht gekriegt und hättest du es nicht ach so ich wär ja jetzt verstehe ich was du mir sagen willst ja ähm Secret Exit ne gibt's nicht weil beim Geisthaus kann man es ja nicht so genau erkennen ja ne gibt's keinen ja jetzt kannst du auch mal über den Mainmap scrollen ja da kannst du ruhig mal gucken Mainmap hier ist die Brücke wo wir rüber sind am Anfang und da war die erste im Insel ja und dann fahren wir hier über Welt 2 hier war der Wald Welt 3 dann bzw. Welt 3 haben wir noch nicht ganz abgeschlossen da fehlt noch das Schloss dann hier sind ganz viele Secret Exits wie man sieht Zwei okay nein hier hier überall Secret Exit Level da und da und da und da und da das alles rote Punkte so was denn was denn ich finde die kann man voll verwechseln mit denen da oben ok da ist die schöne Röhrenwelt ach das ist Welt 6 ah ja und da ist der Top Secret drin ja ich weiß ja richtig warum warum kriegt Mario es nicht hin wenn er hier steht drüber zu laufen das ist ja zu blöd für natürlich wieder das ist die Frage ja das ist ja natürlich wieder zu blöd für das nicht mal ein Berg in der Nähe oder nichts einfach nur Wiese ich finde die Farben mir von der Webcam sehen so aus wie die Screenshots von SMW Beta die auch noch mit Kamera gemacht und ich finde das sieht toll auch nein genau ach ja aber wir sehen dass wir alles über die Webcam hab ich glaube ich gar nicht gesagt ich übertrags denen schon wieder über Webcam weil ich ja wenn ich mehrere wenn die mehrere zu kommen müssen wir das Webgebertragen ja 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 wir haben nicht mehr viel Zeit wir haben nur noch genug Zeit wir haben nur noch genug Zeit wir haben nur noch genug Zeit achso ja ihr müsst ja ihr müsst ja um halb gehen ja stimmt ja und das hier gehört ja an sich noch so weiter dazu warum bin ich gesprungen ja mach halt das noch und das Castle und dann machen wir dann den dann bin ich bekloppt hoch warum springt der Taha was mach ich denn weiß ich nicht ich drück jetzt ich lege jetzt die Fänger ganz weit weg von der Sprungtaste aha dank geht doch irgendwie so gesprungen mehrmals aber gut wahrscheinlich bin ich einfach huuuh ok wahrscheinlich bin ich einfach blöd so leicht ist das Level nicht ja ich muss ich das ist ein Level wo ich mich wirklich anstrengen muss dann ist es schon wenn ich es weiß ich muss mich ein bisschen anstrengen dann bin ich jetzt wieder ein bisschen vorsichtiger und nimm das Level auch wieder ein bisschen ernster wie die anderen ok so ne das ist ja noch das geheime Level von Wild 3 das war so ein bisschen gehalt hoch das bringt dir jetzt nenneals hoch dann hast du dann am Ende den Blind Jump wenn du da hoch gehst ah ich komme nicht hoch scheiß utf ah u u u uah u viens wird schwierig u ja solche Jumps kommen öfter aus dem her ok Oh nein noch eine nooo also das du ein Leben kriegst ich will kein Lebens Ich will das schaffen so wie das level ist so ein bisschen als bonus level geplant weil das ja sozusagen die abkürzung ist die große denn ich den ganzen wald nachdings ja im prinzip kein level doch weil überspringt noch nie in der hier ist kein punkt und hier ist auch kein punkt und die brücke ist auch noch ein level ein einziges level nur drei ja und das karl 4 stimmt ja kein level ja tut mir leid das karl stimmt ja ich bin dumm das level ist auch alt von einer bewegen die sich ich hoffe nicht nein jeder hat das level kein background kommt nach was weiß ich was ihr mit asm alles machen könnt in dem heck ja in dem heck haben wir nicht selbst gekodet ist drin das ist alles kein keine zinni blöcke gut die ziel blöcke gibt es erst in darf ich schon steuer was gerade so los ist bei mal und nao nee das spielst du nicht was macht ihr noch einen heck jetzt oder was ja natürlich super mal wird na zwei die fortsetzung wie viele haben wir fertig neun oder so gott ja was glaubst du wir hacken natürlich weiter so schnell wie bisher gar nicht so die übertreibt es gleich wieder unglaublich das geile war vor allem alle mit denen ich so geredet habe und gesagt habe ja nico und metal haben also zudem muss ich nicht und metal sagen weil ich nur noch so kennen ja haben haben den neuen welten heck fertig und so was die haben den heck fertig die hören doch immer nach einer welt auf der neuen welten das geht doch gar nicht und so ich habe den mit der point nicht berührt ja hier kommt ich gleich der was ja das ist aber schlechter wird mich töten ja so kann man da schon vorher drauf stehen okay bitte jetzt nicht hier sterben das wäre peinlich und dumm auch nicht schon wieder nein du stirbst jetzt nicht bei lemmy ich hab's nicht vor einmal noch einmal noch wo kommst du raus hier gott sei dank das war knapp machst du noch ein level kommt muss ich gleich noch ein schluch trinken ja wenn er jetzt die brücke noch kommt machen wir die brücke noch ja kommt und nach hoch macht doch mal hin beziehungsweise kann ich dann ja sogar jetzt noch ein bisschen technikum aufnehmen wenn ihr jetzt gleich geht ja und dann können wir morgen noch mal auch so holzbrücke 2 ja holzbrücke 1 vor nach welt 1 ja das ist holzbrücke 2 die holzbrücken verbinden die welt miteinander die holzbrücken sind meine level ach was ist das so hi hi was ja dass die holzbrücken meine level sind das war kurzer besuch jetzt gegen ende naja ist jetzt auch nicht so dramatik trisch dramatik trisch dramatik trisch dramatik trisch wow ja hören wir ja die holzbrücken sind meine level ich mag die holzbrücken er ist wieder weg so ja war ein schönes level beziehungsweise ist noch nicht zu ende aber war schön bisher oh nein nicht so eine plattform ok na man hat gesagt du überfliegst das level hätte ich machen können ja da rein ist es so nicht geht nicht wie die gleich klar geht das ich weiß ja ich würde davon abraten oder durch dann sterben lassen wirst meinst du wird er mich jetzt ja ja hörst du und zwar immer wenn du sagst hören wir dich hören hören wir dich und dann hören wir dich nicht mehr so wie jetzt so much wind ich kann nicht mehr fliegen und ich habe den pilz verloren oh ich muss in die röhre ja da würde ich tatsächlich sterben mit der feder hallo gehen die röhre alter na du kannst dir noch ein leben holen was ach ich dachte schon ich dachte schon ich muss noch mal hört ihr mich jetzt ja wir hören dich immer na immer nicht immer nur wenn du sagst ob wir dich hören hörst du uns perfekt ja das ich oder wir hören ihn wieder nie hörst du mich noch können tschüss ziel ja na 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 bitte was ok ja da sind wir wie auch schicken warum nicht na was es ein leben gibt juhu so lava wüste 1 ey wir wollten aufhören wollte einem um halb oder ja aber ich muss noch gute nacht sein na gut dann hören wir hier an dieser stelle auf ich bedanke mich fürs zuschauen setze hier einen save state den ich setzen darf weil es sonst nicht hier weiter geht und sage ja tschüss tschüss